Mein Name ist Andreas Hahn. Wir haben uns beim Wettbewerb Denkzeit-Event mit der Kultursendung beworben. Die Kultursendung war unsere Idee in der Corona-Zeit, Mini-Konzerte stattfinden zu lassen mit vielen Künstlern, die auch keine Auftritte hatten, Künstler aus der freien Szene, die wir vermitteln. Man kann bei uns bestellen bei kultursendung.de und dann schicken wir lokale Künstler in der jeweiligen Stadt zu den Leuten nach Hause. Die Reaktionen in der Corona-Zeit waren total positiv, auch von den Künstlern, auch von den Kunden, die das bestellt haben. Und alle haben uns gesagt, mach das doch irgendwie weiter. Also sowas gibt es ja gar nicht. Und da überlegen wir jetzt, wie wir das verstetigen können und wie wir das auch über Corona hinaus weitermachen können. Kultursendung 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 Vielen Dank.